Das Video ist TJ Cringe an von KuchenTV. Er hat ein Video gemacht dazu, TJ vs. T-Tag, der heftige Beef. Okay, let's go. Bin schon gespannt. Yo Freunde des Beefs, wahrscheinlich kennt ihr alle TJ und wahrscheinlich kennt kaum einer von euch den YouTuber T-Tag. Also ich kenn T-Tag. Ich wollte schon mal kurz kurz sagen. Eure Lieblingspuppe wünscht euch viel Spaß beim Badlos-Esten-Sachsen-EU-West-Alpha-Kerwin-Era. Dankeschön. Ja, wir bedanken uns alle bei Devdoll. Mittlerweile die Zuschauer von Inkev, die wissen, die kennen schon Devdoll in- und auswendig, weil er das immer macht. Diese haben momentan einen heftigen Beef auf YouTube, der ungefähr so aussieht. Siehst du, sie mögen sich. Nein, 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 nein. Eigentlich ist die Sache damit auch komplett beendet. Allerdings habe ich gesehen, dass TJ-Videos auf KuchenTV Uncut warum auch immer voll gut Klicks ziehen. Und jetzt versuche ich auf KuchenTV einfach das gleiche. Bitte, das Video muss gut ankommen, sonst ist das übelst unangenehm. Also vergesst bitte nicht, das Video zu liken, denn wir müssen wieder in den Algorithmus rutschen. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Ich finde das ja... Also war das jetzt eigentlich ein Front, dass T-Tag irrelevant ist? Also... Das war jetzt aber heftig. Heftig, heftig. Frosch, danke für den Zapf. Nee, ich freue mich jetzt. Ich bin gespannt, dass es hier nochmal so aufgeholt wird. T-Tag hat tatsächlich schon einige Videos über TJ gemacht. Was kommt jetzt? Und ich könnte jetzt natürlich auf jedes Einzelne eingehen, aber ganz ehrlich, da habe ich keine Lust drauf. Er hat ein Die-Abrechnung-Video hochgeladen. TJ hat dann dazu ein Antwort-Video hochgeladen, worauf dann T-Tag wiederum auch eine Antwort gemacht hat. Und um diese drei Videos wird es in diesem Video hier gehen. Ich muss aber leider TJ am Anfang direkt kritisieren, denn er versucht am Anfang T-Tag sehr krass negativ zu framen und das teilweise einfach mit weggelassenen Informationen. Ohne uns zum Beispiel die Frage beantwortet hat, ob weibliche Meinungsblogger sinnlos sind? Ja, der Titel und das Video generell sind schon sehr... Die Frage zu stellen ist halt auch schon richtig komisch. Ich meine, seit wann brauchen wir Frauen außerhalb der Küche? Aber in dem Video ging es darum, ob er denn grundsätzlich mit den Meinungen von Sascha und Alicia Joe übereinstimmt. Es ist halt nun mal so, dass die Meinungsblogger-Szene vorher zu 100% männlich gewesen ist. Und Jasnero. Er nimmt halt genau dieses Video, weil der Titel halt... Also ich finde so ein Front gegen Jasnero, finde ich tatsächlich immer mal zur Abwechslung sehr erfrischend. ...schon so ein bisschen weird ist, obwohl... Und Jas... Wahrscheinlich wegen C-Makes Freundin. So, die ist auch Jasnero. Also bloß ein Weiblicher. ...inhaltlich halt sagt, dass das natürlich gut ist, dass die Videos machen. Also hier, ja, schon relativ schwierig. Schlimmer finde ich allerdings das hier. Er hat echt viele Videos gegen Feminismus gemacht. Und am Ende der Reihe sollte jeder mit einem gesunden Menschenverstand verstehen, warum der Feminismus Blödsinn ist. Man merkt hier, dass er sich das Video nicht wirklich angeguckt hat. Ja, die Äußerung kommt tatsächlich sehr komisch rüber. Allerdings geht es in diesen Videos nicht um den Feminismus an sich, sondern um den radikalen Feminismus. Ja, den Satz hätte man wahrscheinlich anders formulieren sollen. ...her am Anfang das hier gesagt. Nachdem wir im letzten Video die Doppelung, ...wir uns heute den Argumentationen... ...zustellen, als wäre er gegen den Feminismus und gegen Gleichberechtigung, ist halt einfach falsch. So was macht man natürlich, damit die Leute schon voreingenommen in dieses Video gehen. Denn jetzt haben wir... Ja, ja, das war auch so übel random, dass TJ das überhaupt am Anfang reingenommen hat. So, weil das nichts zu dieser Thematik zu tun hatte. Also muss ich auch sagen, äh, fand ich auch weird. Ehrlich, also das fand ich auch sehr, sehr komisch. Büroka, danke für die Hohenpizze. Danke. Ich danke dir und sehr Ehrenwert. Alter, Dr. Pepper. Dankeschön für die 3,33 Euro. Ey, Ehrenmann. Ja, das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, lass mal bitte einen Sub auf Inkeft da. Ganz, ganz wichtig an der Stelle. Kuruka, vielen, vielen lieben Dank. Und, äh, wieder mal sehr cool, dass wir es machen. ...haben Sie schon Gründe, warum Titek vielleicht etwas unsumfassig ist? Und ich wünsche dir gute Besserung. ...und TJ, das hast du wirklich nicht nötig. Kommen wir aber nun mal zum ersten Thema. Das cringige Frauenflexen von TJ vor ein bis zwei Jahren. Und zwar hat Titek ein Video hochgeladen, wo er diese ganzen Dinge zusammengefasst hat. Unter anderem gab es da diesen Clip hier. Hallo, mein Cutter meinte, ich soll noch eine Up-Mod aufnehmen. Dementsprechend, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja alles so geht, ich weiß nicht. Okay, er blende das wieder ein. Weil es ist so, er weiß, es ist halt wirklich unangenehm. Aber ich glaube, ich glaube, wäre ich TJ, würde ich mich halt übel abpacken, wenn ich jedes Mal in diesen Videos immer wieder den gleichen Vorwurf da bekomme. Ähm, und, äh, ja, es gibt auch, äh, nächste, äh, nächste Episode. Kommt dann, äh, in ein paar Tagen, deswegen ist Habt gern rein. Oh Gott, das ist die weirdste Up-Mod der Welt. Hallo, du magst Moneten. The Death Dolch spendet ein Euro, 67 Cent. Ich danke dir, du bist ein Ehrenmann. Jetzt geht das hier schon wieder los, Alter. Danke, danke. Nee, sorry, das, das ist mir wirklich zu cringe, Alter. Ach, tut mir leid, Alter, das halte ich nicht mehr aus. TJ sagt dazu jetzt Folge. Oh ja. Oh ja. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Also, ich weiß nicht, also ich find's, ich find's echt, äh, also, eine schwierige Nummer in den 9-11-Joke zu bringen, der kam aber halt auch einfach aus dem Nichts, ne? Das muss ich auch sagen. Klar, kann man jetzt kurz finden, wir fanden's damals funny, und die... Also, der kam einfach aus dem Nichts. So, ich, ich, ich bin verwirrt, aber ich musste grad schmunzeln. Und T-Tec fand es halt eben absolut nicht okay. Auch das ist halt einfach... Also, ich würd solche, solche Jokes, würd ich ehrlich gesagt nicht bringen, aber der hat mich grad einfach erwischt. Verfeilt. Sehr abgehoben, jetzt hör doch mal auf, hier noch, darüber noch Jokes zu bringen, hier, hör doch auf. T-Tec hat nicht gesagt, dass das absolut nicht okay ist, er hat folgendes in seinem Video gesagt. Richtig unangenehm wurde es erst Anfang Dezember in der Abmord von seiner Ich-Habe-Noch-Nie-Reihe. Er fand es unangenehm, also einfach cringe. Er hat dir das ja nicht verboten oder sonst irgendwas. Schon das gibt T-Tec nicht so ganz richtig wieder. Und ja, das macht einen Unterschied, ob man sagt, das geht gar nicht fit, oder das ist halt peinlich, was du machst. Er fand es unangenehm. Mehr Kritik gab es da halt gar nicht. Er hat nicht gesagt... Ey, mach, dass du wegkommst. Du mobbst nicht den, äh, dem, äh, so meines Vaters. Daher stellt T-Tec auch das einfach falsch dar. Ja, einen anderen Punkt finde ich aber gerade in der Position von T-J. Alter, der Clip ist Gold wert, ey, ohne Scheiß. Dieser Clip ist wirklich super. Noch komischer. Aber vor allem meine Freunde hat nicht verstanden, warum sich jetzt irgendein random Dude, mit dem wir nichts zu tun haben, da jetzt einfach random einmischt und sagt, dass das nicht okay ist. Warum daraus jetzt so ein großes Ding gemacht? War das Carsten Stahls unehelicher Sohn? Und ich denke ja. Das verstehe ich halt nicht. Also, die Situation war so, wir lagen dir im Bett. Dein Cutter braucht diese Abmoderation. Du nimmst das schnell auf. Und vorher fragst du mich noch, ob es okay ist oder nicht. Und ich fand es halt okay. Und ich meine, sowieso die einzige Person, die sich darüber aufregen sollte, ob das hochgeladen wird oder nicht, wäre ich. Bro, du machst doch selber Videos, wo du durchgehend über andere redest. In den Wochenshows beispielsweise gibst du ja auch immer deine eigene Meinung mit. In deinen Reactions redest du auch über ApoRed, Mimi und alles, was so passiert, obwohl du dich ja dann auch automatisch da einmischt, obwohl du mit den ganzen Sachen gar nichts zu tun hast. Wenn du jetzt wirklich als Argument nutzt, dass sich ein Außenstehender da einmischt, der damit nichts zu tun hat, sorry, da müsstest du deinen kompletten Content lassen. Auch die Schlussfolgerung daraus ist halt einfach falsch. Das war damals unsere gemeinsame Entscheidung. Und wenn du jetzt schon sagst, yo, du darfst keine Abmoderation drehen, während deine Freundin neben dir liegt, muss ich sagen, legst du die Messseite echt hoch, was man halt im Internet darf und was nicht. Er hat gar nicht gesagt, du darfst das nicht. Er hat nur gesagt, dass er das peinlich findet. Und du hast selber in dem Video gesagt, dass das ja seine Meinung sein kann. Deswegen verstehe ich das sowieso nicht. Danach geht er auf diesen Clip hier ein. Er zeigt dann zwar noch andere Sachen, wie ich krass mit Frauen flexe, zum Beispiel diesen TikTok-Gag hier, den ich 2020 gemacht habe. Ach ja, und nur nebenbei, seine TikToks machen das ganze Geflexe auch nicht besser. Ich, wenn ich was meiner neuen Frau habe. Insofern tut mir leid, dass wir nach einer knappen Minute schon wieder aufhören müssen. Vielleicht gelingt es ja innerhalb der nächsten Minuten einen Neuanfang. Bis dahin eventuell. Ich, nachdem auch der zweite Anlauf beim Bimsen, ich sag mal, nicht so gut lief. Also, das Einzige, worauf ich mich jetzt hier gerade die ganze Zeit konzentrieren muss, und das finde ich auch sehr ehrenwert, ist, dass ich eine Widmung in den Tags von TJ bekommen habe. Also, ich stehe sogar noch vor CEO bei KuchenTV. Ah, der Kuchen wegen den Reactions. Also, meine Damen und Herren, auch der zweite Anlauf hat nicht funktioniert, was immer dahinter stecken mag. Wir müssen an der Stelle leider abbrechen. Bitte sehr um Entschuldigung. Wo ich mir dann auch gedacht habe, yo, wenn du so alte Sachen rauskramen musst, kannst ja nicht das aktuellst, heftigste Thema der Welt sein. Ja, Bro, das war 2020. Allerdings am 30. und 31. Dezember 2020. Also, ja, ans... Aber 2021 ist auch schon zwei Jahre her. Also, Anfang 2021. Also, es ist ja trotzdem relativ alt, würde ich jetzt mal sagen. Wobei, es wurde ja letztes Jahr, kam ja das Video raus, ne, mit diesem Frauenflicks. Ja, ach, scheiß drauf, ey, ja. Sich hat er natürlich recht, aber das so zu sagen, ja, Bro, Digga, es war 2020, ist halt schon ein bisschen komisch, ne? Aber auch aus einem anderen Grund ist der Umgang mit dem Video von TJ... Aber ja, er ist faktisch, hat er recht. Es ist 2020. Ja, also Hand aufs Herz, 2020. Da kann er jetzt... Er hat einen validen Punkt. ...nicht ganz so dufte. Es ist ja nicht nur ein Clip aus 2020, sondern T-Tech hat enorm viele Clips in diesem Video gezeigt und in seinem Antwort-Video hat er auch mal gezeigt, wann die denn zeitlich hochgeladen worden sind. Also sind meine Clips vom 30. und 31. Dezember 2020. Was, hat T-Tech nicht auch Kaiser-Exposed? Da war da nicht was. Ne, es war, glaube ich, eine Ansage, oder Kaiser-Zieh dich warm an oder so hieß das. Irgendwie der hat das Thumbnail zumindest. Ja, das war ein krasses Exposed-Video. Das war wirklich auch eine heftige Ansage und ein heftiges Zerstörungsvideo. Das... Also, das ist übrigens mehr als die Hälfte oder die Hälfte des Videos war einfach unser Podcast abgespielt. Das war ungefähr so der Inhalt des Videos. Das ist halt nicht nur eine Sache, die länger her ist, sondern das ist eine Sache, die sich zeitlich innerhalb von einem Jahr auf deinem Kanal immer wieder gefunden hat. Und das ist das, was er kritisiert. Dazu muss man auch erwähnen, dass das Video von T-Tech im Januar 2022 kam. Also, das ist auch schon enorm alt. Ist nämlich ein bisschen doof gelaufen, weil ich habe von dem Video erst ein Jahr später erfahren. Wollte dann darauf reagieren, weil ich auch schon mitbekommen habe, dass es da früher ein, zwei komische Klicks gegeben hat. Und das ganze Thema ist groß geworden und deswegen diskutieren die da jetzt drüber. Also, Jungs, habe ich gerne gemacht. Wird das das Thema... Ja, weil ich das Thema seit wirklich... Es ist einfach aus nichts groß geworden, weil diese TJ-Reactions, die gehen immer übel ab. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß nicht, warum interessiert ihr euch für TJ-Reactions? Also, ich checke das wirklich nicht. Also, nicht mal, wenn ich auf TJ reagiere, wobei da auch, aber bei Videos, die zu TJ sind, ich checke das nicht. Also, warum? Also, warum? Das ist mir wirklich ein absolutes Rätsel. Bei CoronaV war ja das Gleiche und bei CoronaV habe ich das gesehen, dass er darauf reagiert hat und dann dachte ich mir so, was? Okay, TJ? Habe ich ja gar nicht mitbekommen. Dann habe ich mir das auch angeguckt und meine Reaction hat er auch, keine Ahnung, 60.000 Aufrufe zu der Zeit dann schnell bekommen. Also, übertrieben viel für eine Reaction. Also, das ist Wahnsinn. Wenn man jetzt wieder hochkommt, ist natürlich gerade für TJ bitter, denn er hat auch in einem Kommentar geschrieben, dass er wieder hunderte Nachrichten deswegen bekommt. Deswegen hier noch einmal, TJ macht das seit über einem Jahr nicht mehr. Er hat sein Verhalten hier geändert und wir gehen auch weiter darauf ein, weil in ein, zwei Sachen stimme ich ihm hier auch zu. Glaube ich zumindest. Ich kenne mein Skript nicht mehr. Wir gucken einfach. Auch die nächste Sache von TJ finde ich allerdings erstmal nicht so cool. Dazu kritisiert TJ... Was, vielleicht TJs Bubble, die sich alles über ihn anschaut? Ne. Weil das sind oftmals Kommentare, die ihn jetzt nicht so feiern, würde ich jetzt mal sagen. Also, eher die Gegenbubble. Ja, weil die Kommentare sind jetzt nicht so von übelsten Fans, sondern eher von Leuten, die TJ irgendwie nicht mögen. ...tick noch an mir, dass ich halt eben vermitteln würde, dass es cool sei, wechselnde Sexualpartner zu haben. Immerhin vermittelt er seinen jüngeren Zuschauern damit, dass es ja cool wäre, immer wechselnde Sexualpartner zu haben. Und das ist es einfach nicht. Ja, und deswegen liege ich immer neben derselben Frau im Bett. Das ist cool. Und außerdem, Titek, warum ist es denn schlimm, wechselndes Sexualpartner zu haben? Wenn jetzt eine Frau Bock hat, jede Woche mit einem anderen Typen zu schlafen, dann darf sie das machen. Also, ich will jetzt hier nicht die Slimming-Thematik aufmachen, aber Freunde, bumms so viel, wie ihr wollt. Und fühle ich auch gerne cool dabei. Und vor allem, lasst euch nicht von irgendeinem High-O-Peier im Internet... Aber fühlt euch bitte nicht zu cool dabei. Das ist dann auch schon wieder ein bisschen unangenehm, wenn man angibt, mit wem man denn alles so was hat und wie viel und wie toll man doch dadurch ist, wie krass man... Also, das ist einfach nur unangenehm. Nicht vorschreiben. Macht's einfach nicht. Wie ihr zu leben. Macht's nicht, ja. Ihr könnt das für euch, könnt ihr das machen, ja. Das ist auch völlig okay. Aber, aber, fühlt euch nicht cool dabei. Ihr seid deswegen nicht cooler einfach. ...ebenhaft. Er ist auch total cool, monogam zu leben oder komplett asserge... Macht halt, wie ihr wollt. Auch hier stellt er es halt wieder so hin, als wenn Titek irgendjemandem irgendwas verbieten möchte. Wie hoch ist ein Bodycon. Und das stimmt einfach nicht. Er sagt doch nur, dass er das selber nicht cool findet. Und es ist ein Meinungsblock. Und wenn das seine Meinung ist, dann kann er das doch sagen. Natürlich kann jeder machen, was er möchte. Wenn es irgendein Girl cool findet, sich jedes Wochenende abzuschleppen, dann soll die das halt machen. Ich persönlich finde das aber nicht cool. Und das kann ich auch sagen, weil das meine Meinung ist. Außer, ich bin derjenige, der dich abschleppt. Dann machen wir mal eine Ausnahme. Beim nächsten Punkt lässt TJ einfach die Hälfte der Argumentation von Titek weg. Deswegen gucken wir uns direkt das Titek-Video dazu an. Der erste jetzt wirklich härtere Vorwurf von Titek war, dass ich ein Lügner bin oder kritikunfähig bin. Eins von beiden. Was ziemlich kritikunfähig wäre. Oder er hat mein Video doch komplett geschaut und lügt hier seine Community einfach dreist an. Schauen wir uns mein Argument also mal komplett an, damit man auch nachvollziehen kann, warum ich diesen Vorwurf erhoben habe. Das Video hier ist das erste Video, was ich mir komplett angesehen habe. Beziehen tut er das auf diese Aussage von mir. Und zwar glaube ich nicht, dass er in mein Video einfach nur reingelunzt hat. Also entweder hat er weder mein Video noch die Reaction von KuchenTV wirklich gesehen und hat es dann trotzdem offline nehmen lassen, was ziemlich kritikunfähig wäre. Oder er hat mein Video doch komplett geschaut und lügt hier seine Community einfach dreist an. Ich finde das immer noch lustig, wie T-Tech das einfach viel zu sehr auf sich bezogen hat, die ganze Thematik. T-Tech trotzdem widersprechen und ja, es tut weh. Eigentlich ist es mir egal. Das Video, was ich offline nehmen sollte, war meine Reaction auf das Video von T-Tech wie Cringe TJ mit Frauenflex. TJ hatte mich halt darum gebeten, weil das Thema halt schon enorm alt ist, er das nicht mehr macht. Das Lustige ist, meine Reaction ging ja auch sehr, sehr ab. Ich glaube, die ging sogar noch mehr ab als die von KuchenTV. Bin mir gar nicht so sicher, aber er hat es ja dann schon offline genommen. Ich habe das jetzt erst offline genommen nach der ganzen Thematik jetzt hier noch mit T-Tech TJ und ich habe es offline genommen, damit das jetzt gar nicht mehr weiter groß behandelt wird. Ja, weil ich mir dachte, ey, weißt du was, das ist jetzt auch mittlerweile überhaupt das ganze Thema. Das ist jetzt schon zwei, drei Jahre teilweise her oder zwei Jahre ist es ungefähr her und da will ich jetzt nicht noch, dass da noch mehr Aufmerksamkeit drauf kommt. Weißt du, man hat jetzt schon, jetzt kommt ja wieder mehr Aufmerksamkeit drauf durch das Video von KuchenTV, aber ja, ich habe auch gesagt, weiß ich, ich nehme es einfach runter. Ich meine, das sind Reactions, ja. Das ist jetzt nicht so, das sind keine Hauptvideos, wo es mir richtig weh tut, weil da so viel Arbeit reingeflossen ist, sondern ich reagiere einfach drauf. Ja, ich erstelle einfach ein Highlight auf Twitch und exportiere das auf YouTube und lasse hoch. Also, das ist jetzt keine große Arbeit. Das tut jetzt auch nicht so weh, wenn ich halt da ein Video offline nehme. Ja. Also, ich habe damit jetzt auch kein Problem und wenn irgendwer ein Problem hat, wenn ich auf jemanden reagiere oder keine Ahnung, wenn er jetzt in SEO ein Problem hat, wenn ich auf seine Videos reagiere, dann kann der mir auch gern schreiben, ey, hier kannst du die Reaction offline nehmen und dann nehme ich die Reaction offline. Fertig ist. Das ist mir völlig egal. Gerade auf meinem Reaction-Kanal ist mir das wirklich egal. Also, einfach bei mir melden und gut ist, ich habe jetzt schon mittlerweile ja, die eine oder andere Abmahnung bekommen, weil mir nicht geschrieben wurde, sondern weil direkt mit einem Anwalt gedroht oder was heißt gedroht, der Anwalt wurde direkt eingeschaltet und ich habe direkt eine Abmahnung bekommen. Das ist einfach unangenehm. Also, so, dann muss der andere ja noch Anwaltskosten bezahlen, ich muss noch Anwalt nehmen, was aber meinen Rechtsschutz übernimmt und dann hat der am Ende doch viel mehr Probleme. Hätte er mir einfach geschrieben, hier, nimm es mal ein Bedarf, wenn ja, nehme ich es halt offline. Das Einzige, wo ich mich da noch ein bisschen habe, ist bei meinen Hauptvideos, weil da steckt viel Arbeit drin und die möchte ich nicht einfach so hier nichts, hier nichts runternehmen, außer die Punkte gegen mich sind so valide, dass ich sage, okay, ja, das Video muss ich offline nehmen. Liegst du von wem? Vielleicht später. Aber jetzt noch nicht. Also, jetzt wäre auch Quatsch, das zu machen. Er jetzt aber trotzdem wieder dafür gehatet wird und das konnte ich verstehen und habe gesagt, ja, okay, ist echt unnötig und habe es offline genommen. Egal, ob er das Video wirklich geschaut hat oder nicht, das macht ihn nicht kritikunfähig oder zum Lügner. Schon beim Titel und beim Reingucken in das Video weiß man doch, worum es geht. Vor allem hat er ja anscheinend sehr viele Nachrichten bekommen, also kann er sich ja auch schon denken, was im Video gesagt wird. Das Thema ist älter und TJ wollte nicht, dass das Ganze wieder so hochgepusht wird. Lustig, dass jetzt alle dazu Videos machen, aber das ist was anderes. Dafür muss er das Video ja aber nicht komplett geschaut haben. Das Ganze ist auch nicht kritikunfähig, denn ihm geht es ja nicht darum, dass man nichts Kritisches zu ihm sagen darf, sondern dass er es einfach blöd fand, dass jetzt ein uraltes Thema wieder hochgeholt wird und er dafür kritisiert wird, als wenn er das jetzt gerade aktuell macht. Und das ist verständlich. Ich meine, ich beschwere mich auch darüber, wenn ABK mich mit irgendwelchen Sachen von vor Jahren kritisiert. Ich meine, du selber hast in deinem TikTok-Livestream-Video zu mir ja auch das hier gesagt. Da finde ich es aber lustig, als Kuchen.dv, das muss ich mal ganz kurz anbringen, als Kuchen.dv, nachdem ich diese TikTok-Streams kritisiert habe, hat Kuchen.dv mich ja zweimal in Videos eingebunden, einmal ein ganzes Video fast gegen mich, da ging es zwölf Minuten um mich und das andere war irgendwie eine Cake-News und so ein Spaß. Und da hat er in seiner Cake-News hat er den Clip von 2021 von mir mit Impfen und so ein Spaß, hat er reingebracht, um mich zu fronten. Und das ist einfach ein anderthalbes Jahr her. Das ist auch eine Aussage, die ich früher halt mal getroffen habe, die echt selbstverständlich dumm war. Aber er hat ja auch Aussagen von früher genutzt, um andere zu fronten. Also ist ja jetzt nicht so, als würde Tim das jetzt so gar nicht machen. Ja, Widerspruch an der Stelle. Bei TJ ist es doch das Gleiche. Es ist absolut unnötig, jetzt so auf ihn drauf zu hauen, vor allem, wenn er das Ganze nicht mehr macht. Also wozu kritisieren, wenn er die Kritik schon umgesetzt hat? Beim nächsten Punkt muss ich TJ tatsächlich auch zustimmen. Und zwar finde ich, dass T-Tag sich in dem Beef wirklich viel zu ernst nimmt. Nein, eben nicht. Kritikfähig zu sein heißt nicht, dass man sich die Kritik von jedem dahergelaufenen Clown anhört. Komm mal von einem hohen Ross runter. Und er antwortet einfach, wenn ich ein dahergelaufener Clown bin, wie kommt es dann, dass ich so einen Impact auf TJ habe? Der Kommentar ist halt schon sehr weird. Denn was für einen Impact hast du denn? Dass er mit dir reden wollte? Ist das schon ein krasser Impact? Allerdings geht es halt noch weiter. Am 16.01. hat er dann aber auf die schnelle Zeit gefunden, mit Avi Rano einen Call zu machen. Mit mir nicht mal einen privaten Call, aber mit Avi Rano einen Live-Talk. Die beiden wollten privat... Ja. Avi Rano, warte. Warte, lass mal ganz kurz gucken, wie viel Abonnenten Avi Rano hat. Also klar, jede Meinung ist gleich viel wert. Gar keine Frage. Aber es geht ja darum, wie die öffentliche Präsenz ist. Und Avi Rano kann wahrscheinlich mit seiner Reichweite, wenn er hier mal 144.000 Aufrufe beispielsweise macht, kann er mit seiner Reichweite einen TJ viel mehr Hops nehmen als ein T-Tag. So, und da ist es doch klar, dass man erst mal sagt, ey, hier, ich nehme erst mal die Zeit für Avi Rano. Die Baustelle sollte ich eher erst mal reparieren, sage ich mal. Jetzt habe ich gerade dreimal ineinander, sage ich mal, gesagt. Ich reg mich auf. Sprechen, aber irgendwie hat sich das zeitlich nicht ergeben. Kann man keine Prime Subs mehr geben? Wird mir nicht angezeigt. Das ist eine Lüge. Das ist Quatsch. Irgendwas muss hier schief gehen. Nee, eigentlich muss es gehen. T-Tag kritisiert jetzt, dass er trotzdem Zeit für Avi Rano hatte, in einen Livestream mit ihm zu gehen. Auch hier nimmt sich T-Tag meiner Meinung nach ein wenig zu ernst. Avi Rano hat ein ganzes Video zu T-Tag gemacht, was über 100.000 Aufrufe hatte. Dazu haben auch andere Leute darauf reagiert. Also das ganze Thema war einfach riesig. Natürlich möchte T-Tag sowas zuerst klären, weil es für ihn deutlich wichtiger ist. Natürlich geht es vor, wenn jemand dich mit viel Reichweite kritisiert, als wenn das jemand macht, der halt noch nicht so viele Abonnenten hat, weil das einfach viel mehr Einfluss auf deine Videos haben kann. Aber es geht noch weiter. ApoRed hat ihn dann einfach auf die Frauenflex-Thematik angesprochen und T-Tag hat sich gerechtfertigt. Red mit einem anderen Girl, ja, ihr seid jetzt gleich. Okay, guck mal, ich finde interessant, wie sich halt so Scheiße verbreitet an Fake News. Weil guck mal, weißt du was, ich kann dir das gut erklären, was da passiert ist. Und T-Tag darauf direkt so, was in meinen Videos soll denn Fake News gewesen sein und warum sollte ich das tun? Und T-Tag, es ging da wieder nicht um dich. Auch hier fühlt er sich einfach angesprochen, obwohl gar keine Names gedroppt worden sind und T-Tag ja auch selber sagt, dass das gar nicht auf ihn passt. Also schon sehr, sehr komisch. Und so was passiert in seinem Video relativ häufig. Kurz darauf lügst du ja... Ey, es ist auch irgendwo lustig, ja. Also irgendwo ist es doch auch lustig. Auch wieder. Und dann schneiden die das, dann schneiden die das direkt hinter, so, äh, ich hab noch nie Frage, ich hab noch nie auf Twitch gespielt. Und natürlich muss man da auch mal dann irgendwie eine Story erzählen, was man gemacht hat, aber weil man aktiv gefragt wird. Das ist ja dann kein, ich will, ich will bitte Scheiß flexen. Es ist so dummer, unnötiger Scheiß. Nicht ein einziger Clip war von einem Ich hab noch nie Video von dir. Und ja, du hast vollkommen recht. Du hast keinen Clip von einem Ich hab noch nie genommen. Weil es nicht um dich ging. Da halt auch eben wieder nicht um dich ging. Hier wieder das Gleiche. TJ sagt was, nennt dabei keine Namen, T-Tag fühlt sich aber angesprochen und nutzt das dann in seinem Video als Front. Ist halt schwierig, wenn man keine Belege dafür hat, dass man eventuell doch gemeint sein könnte. T-Tag selber hat das übrigens dann teilweise so argumentiert. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du an ein bis zwei Stellen über mich gesprochen hast. Und bevor ich jetzt ein weiteres Video aufgrund dieser Annahme mache, würde ich fragen, ob ich richtig liege. Und wenn ja, können wir gerne hier privat eine Art Aussprache haben. Du bist auf die private Aussprache eingegangen, was für mich im Umkehrschluss bedeutet, dass das wenn ja zutrifft. Und TJ redet sich jetzt einfach raus mit, nö, du warst nicht gemeint. Und damit hat er dann das Argument gewonnen. Die beiden Aussagen beziehen sich übrigens auf verschiedene Clips, aber ich tue die hier einfach mal zusammen. Nur weil er das Gespräch angenommen hat, heißt das meiner Meinung nach nicht, dass er wirklich mit einigen Punkten dich gemeint hat. TJ kannte dich ja vorher schon, weil du schon einige Videos zu ihm erstellt hast. Ich kann mir vorstellen, dass er eure Differenzen einfach generell klären wollte, denn ihm ist ja auch klar, dass wenn du jetzt ein Video zu ihm hochlädst, ich reagiere drauf, vielleicht reagiert Alpha Kevin drauf und das Thema wird wieder größer. Beziehungsweise kann das natürlich wirken. Nö, ich reagiere hier gar nicht drauf. Ich reagiere nur live drauf und werde es einfach nicht hochladen. So einfach aus Prinzip. So jetzt lade ich es auf. Keine Beachtung geben. So ein Schmutz. Nein, Leute, checkt das Video ab hier. Ja, die Leute, die eh bis jetzt hier geschaut haben, die sind voll im Game drin. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Lasst, geht mal rüber auf Twitch und lasst da ein Follow da, ein Sub da und dann haben wir den absoluten Impact. Dann haben wir einen richtig krassen Impact. Auf TJ direkt. sein, dass du mit ein, zwei Punkten gemeint gewesen bist. Aber jetzt einfach wild rumfeuern und alles auf dich zu beziehen, ist halt nicht so klug. Und ja, TJ hat natürlich nicht gesagt, wen er genau meint. Ich denke mal, um weiteren Stress zu vermeiden, denn ich habe auch privat mit ihm geredet und ich weiß, wen er meint und ich kann absolut verstehen, dass man da vielleicht lieber keine Names droppen möchte in seiner Position. T-Tag wirkt in diesem Punkt halt viel zu krass von sich selbst überzeugt und den Impact, den er angeblich auf TJ hat. Das Ganze macht ihn meiner Meinung nach sehr unsympathisch, weil die Videos gegen TJ ansonsten immer sehr gut sind. Aber damit, ja, das ist nicht so toll. Auch auf einen Kommentar von ihm möchte ich noch mal ganz kurz eingehen, den er aber schon gerade gerückt hat. Und zwar hat er geschrieben, vor allem sagt er, dass er wegen dem Shitstorm damals, den er aufgrund meiner Kritik bekam, in Therapie musste. Zumindest habe ich das so auf... Hä? Hä, das hat er schon mal verkackt. Die, also... Das war doch schon mal übel random, dass da... Ermittlungsverfahren gegen ihren Mandanten... Ich schwöre, das war schon mal irgendein Fehler in dem Video. Der kam auch einfachst zu Ermittlungsverfahren gegen ihren Mandanten Tim Held. Das war schon mal... Das wird eingestellt hier. ...aufgefasst. Und dann provoziert er mich weiter. Dann provoziert er mich weiter. Okay, aber guck mal, wir sind jetzt wieder am Start. Wir machen jetzt weiter und gucken uns jetzt mal noch die restlichen drei Minuten an. Let's go. Natürlich trotzdem weird, vor allem mit der Drohung und dann provoziert er weiter. Schlechte Ideen. Also, wait. Er hat das Ganze dann eher so als, ja, private Nachricht gesehen, sag ich mal. Und ja, das finde ich auch plausibel, gerade wenn man weniger Reichweite hat und dann Zuschauer hat, die immer wieder kommentieren, dann achtest du noch nicht so krass darauf, was du sagst, weil so viele Leute sehen das ja im Grunde eh nicht. Kann ich also nachvollziehen. Klingt aber natürlich trotzdem weird, vor allem mit der Drohung und dann provoziert er weiter. Schlechte Idee. Allerdings muss man T-Tech hier tatsächlich einen Punkt geben. Und zwar hat TJ das Ganze kritisiert und hat Folgendes gesagt. Nehmen wir wirklich mal an, mir würde es aufgrund von seinen Videos psychisch schlecht gehen. So schlecht gehen, dass ich ohne Therapie nicht mehr klarkäme. Und dann schreibt er allen Ernstes und dann provoziert er mich weiter. Schlechte Idee. Dann bedeutet das ja einfach, dass sein Mitteilungsbedürfnis, Videos gegen jemanden zu machen, wichtiger ist, als die Psyche und das psychische Wohlbefinden seiner Mitmenschen. T-Tech hat in seinem Video dann darauf geantwortet und meinte Folgendes. Aber es jetzt so hinzustellen, als ob es... Junge, was ist denn? Er ist doch schon wieder ein Fehler im Cut. Warum zoomt er denn einfach nur in die Mitte und nicht ins Video rein? Schlimm wäre, dass ich Videos gegen dich mache, obwohl du ja psychische Probleme hast, ist ein bisschen weird. Weil in meinen Videos kritisiere ich ja trotzdem dein öffentliches Verhalten. Sonst dürfte man ja nie wieder eine öffentliche Person kritisieren, wenn sie psychische Probleme hat. Bei Zimex zum Beispiel ist doch auch bekannt, dass er psychische Probleme hat und du selbst hast doch auch ein Video gegen ihn gemacht. Und ja, da hat er recht. Wenn man jetzt... Ja, aber der Kommentar ist nochmal ein bisschen anders zu... Also ich finde den Kommentar sehr, sehr schwierig, den Titek da geschrieben hat. Das war ja wie so eine... Naja, was? Ja, wenn ich ihn schon hier so platt gemacht habe, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, jetzt hier noch großartig Öl ins Feuer zu gießen. So, dann werde ich dich nochmal platt machen oder so. Also das liest sich sehr, sehr reudig, um das mal nett zu formulieren und deswegen kann ich schon da die Reaktion von Titek kann ich mehr nachvollziehen als die Antwort von Titek auf den Punkt. Und ich fand auch so, das war der... Das war nochmal so dieser Schluss, wo ich so gesagt habe, Alter, Titek, das geht gar nicht. Also es geht wirklich gar nicht. Was wirklich davon ausgeht, okay, man darf nicht auf Leute gehen, die irgendwie psychische Probleme haben oder in Therapie sind, ist halt wirklich die Frage... Sehr, sehr starke Schmerzen. Rosinata, Dankeschön für die, für den Prime Sub. Ja, ja, aber guck mal, wenn du weißt, na natürlich kannst du Leute kritisieren, das ist gar keine Frage, die Frage ist dann halt nur, wie du es machst oder wie sinnvoll das überhaupt dann ist an der einen oder anderen Stelle oder in welcher Form du das machst. Die Frage, warum kommen denn dann Videos zu Zimax oder zu anderen Leuten, wo du ganz klar weißt, okay, die haben wahrscheinlich irgendwelche Probleme. Titek hat das mit der Therapie übrigens auf folgende Aussage bezogen. So ein Shitstorm geht auch halt eben mich spurlos an einem vorbei. Als ich meinen ersten Mini-Shitstorm halt unter anderem auch wegen diesen Jennern-Auf-Baustellen-Joke hatte. Jungs, ich sage ganz ehrlich, mir ging es richtig dreckig zu der Zeit. Ey, das hat damals fast meine Beziehung gekillt und es hat mir richtig, richtig viel Lebensfreude geraubt. Und klar, über die Zeit lernt man irgendwie damit umzugehen. Titek's Video ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Direkt der erste Link, dass ihr seht, dass ich auch nichts irgendwie komplett aus dem Kontext gerissen habe. Wie ist das? Dazu sein Kommentar, wo er ja auch geschrieben hat, dass er durch diese Thematik wieder hunderte DMs bekommen hat und das ja quasi schon ein kleiner Sch***er ist. Trotzdem unklug, hat Titek aber wie gesagt auch bereits zugegeben. Also hier alles nice. Was kann ich abschließend dazu sagen? Naja, der Streit ist halt tatsächlich einfach mega unnötig, muss man sagen. Im Endeffekt geht es um ein Video von vor einem Jahr und man redet einfach aneinander vorbei. Das war's im Grunde. Hätten die beiden vorher gesprochen, wären die Videos halt logischerweise einfach gar nicht entstanden. Titek nimmt sich leider in vielen Punkten leider ein wenig zu ernst und bezieht zu viel aus sich, was das Video ein bisschen schlechter macht, weil ansonsten hat er eigentlich ganz gute Punkte gegen TJ gehabt. TJ selber hat meiner Meinung nach eigentlich auch ein sehr gutes Antwortvideo gedroppt, allerdings muss man sagen, gerade am Anfang so gegen Titek zu flamen und das mit Sachen, die ganz klar aus dem Zusammenhang geschnitten sind, geht halt wirklich einfach gar nicht. Also das grenzt meiner Meinung nach schon an Rufmord und das muss einfach nicht sein. Im Endeffekt einfach ein typischer YouTuber-Beef, keine Ahnung, kann man nicht so viel zu sagen. Ich weiß, viele Leute werden jetzt sich sowas denken wie ach, so ein Kindergarten und ja, irgendwo stimmt das natürlich, dass Dinge... Hey, wir sind auf YouTube. Kindergarten muss einfach sein, ja. Davon, davon lebt der Markt. ... ist aber, dass wenn jemand irgendwelche Sachen über dich behauptet, dass du die natürlich richtigstellen möchtest und dann sagst du vielleicht was, was die andere Person wieder richtigstellen möchte, ist halt das Problem in der Öffentlichkeit. Deswegen kann ich verstehen, dass die da Videos gemacht haben. Hussel. Hussel spendet 5 Euro. Hussel. Dankeschön. Für die 5 Euro. Ja, für Glasfaser. Dies, das. Ich hab ne 100k Leitung. Also, es ist bisher dreimal vielleicht in meinem Leben hier passiert, wo wir wohnen, dass mir der Stream unterbrochen wurde. Keine Ahnung. Also, jeder hat irgendwelche Punkte, dass sich einer extrem gut und der andere extrem schlecht würde. Ja, mein Digga, den Punkt geb ich euch. Ne, das muss nicht sein. Würde, ja, mein Digga, den Punkt geb ich. Ne, das muss nicht sein. Ja, also. Einige Punkte waren von Teej. Einige Punkte waren wieder gut von den beiden. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Vielen Dank.